und willkommen heute mal was kreatives und zwar der lego digital designer man sieht hier schon die grundplatte und jede menge steinausfall genau befasst damit habe ich mich selbst noch nicht aber ich dachte mir ist bestimmt lustig oder auf jeden fall habe ich hier jede menge teile die mich schon überfutter ist ja lustig was ist das süß gelten gibt es auch hängt ein bisschen was denn okay gut wenn ich ehrlich bin ich bin total überfordert aber total kommen hinbauen es ist eine hose hier natürlich die dunkle jeans und die dunkle jeans und oberteil brauchen noch kommt wenn ich schlecht was für den kopf geben uns denn gibt es nicht gibt es da keinen weiblichen kopf doch hier ich bin blind na gut und haare gibt es denn hier auch haare naja als würde es nicht die haare die ich gerne hätte ich will trotzdem haare haben es erinnert nicht an der sache ein bisschen anders das ist doch das ist doch episch und natürlich passen dazu ich weiß es gab mal lego so eine braune lederjacke aber die gibt es anscheinend nicht mehr die ist anscheinend schon modern das sieht doch aus schnicker aus oder das fetzt doch oder kommt das nehmen wir zack und dann war das ne und dann kommen wir auch eine andere hose ne hose so da zieht auf jeden fall sehr episch aus das sieht so bescheuert aus und zack was gibt es denn noch vorlagen gibt es keine krummen gibt es auch keine hut na gut auf jeden Fall brauche ich ein autor trennfachen brauche ich ein auto ne pizza ne uhr geiler scheiß ne pizza brauche ich auch num 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 gut das wollte ich eigentlich nicht ich brauch ein auto immer noch ein auto auf jeden fall räder sind immer gut oder ich weiß doch leider nicht wie man die ansicht dreht aber huch so also, wie man die dreht, weiß ich ja huch, ich meine natürlich wie man hier das andere Dinge dreht, so das sieht doch schon mal sehr toll aus, oder? ich brauche ein ein, das brauche ich nicht, oder brauche ich das? ach, das konnte ich noch nie bauen das ist ja mein Problem gerade, auch ich kann mir noch nie wirklich Autos bauen wie sagen wir mir einfach mal so scheiße aus ähm erstmal hier vielleicht, oder? so eine kleine Grundplatte hätte doch auch noch so wir nehmen uns natürlich eine große hatte ich gesagt eine große oder fühle ich mich hm den macht mir keinen Spaß das mag ich nicht mag kein Auto bauen ich hab kein Auto, ich hab ein weiß ich nicht das ist doof aber, aber das ist doch doof und das weiß ich nicht das mag ich nicht, das ist doof ich will Vorlagen bauen und das ist alles kacke hier ja, was ist das denn? Anzeige auf jeden Fall Bauanleitungen das ist das, was ich brauche nächster Stein nächster Stein nächster Stein dein Ernst? das ist wirklich eine Anzeige, wie man hier das Männchen baut das ist ja Wahnsinn ähm, was ist das? ne Tasse komm, da gibt's ne Tasse natürlich noch dazu, oder? hm ein das ist ja schade doch nicht, oder? eine Schranktür ein Wasserhahn schön eine Lampe hm das ist ja mal ein geiles Rad hm hm, hm, hm naja, gut das ist jetzt nicht so wirklich das, was ich wollte ich hab's mir irgendwie besser vorgestellt, aber so warte, so so ich hab's mir irgendwie besser vorgestellt, aber ist egal ein, was kann ich noch bauen ein, was baue ich noch, bevor ich hier Schluss mache und zwar nein, das brauche ich nicht, das hier brauche ich und zwar baue ich jetzt einen 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 na, wer erredet na, wer erredet toll jetzt ist das schief ach wer erredet, was ist es wer erredet richtig es ist ein Tockstift nein, jetzt mal spaß zu sein das Ding ist ganz lustig es ist echt geil gemacht es ist kostenlos natürlich auch und ich mein, wer kreativ ist jetzt nicht so wie ich sondern richtig kreativ der kann eigentlich richtig tolle Sachen draus machen und doch, ich denke denke, da kann man viel Spaß haben mit dem Ding auf jeden Fall verabschiede ich mich erstmal für heute mit einem total langweiligen Tag eigentlich aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen das Spiel näher gebracht das ginge nicht darum, wie ich spiele sondern mehr, wie ich euch das Spiel nähe bringe und ich finde, das Spiel ist echt geil gemacht und ich kann es euch nur empfehlen macht es besser als ich und am besten zeigt mir Screenshots oder Bilder einfach von euren Kreationen weil ich mich einfach mal interessieren würde was ihr so baut und vielleicht kriegt ihr ja ein schönes auch